Hey! Und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es mal ein paar Scherengeräusche und ich werde noch ein paar Prospekte zerschneiden, bzw. Pappe zerschneiden. Ich denke, das ist ein ganz guter Trigger. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne eure Video-Wünsche in die Kommentare. Ich hoffe, es geht euch gut. Es sind ja momentan sehr schwierige Zeiten. Ich fange direkt mal an, die Dinge hier zu zerschneiden. Ich fange direkt mal an, die Dinge hier zu zerschneiden. ... Z lista... doch mal an! Ja, ich fange direkt und K K. Mitt又... ... ... ... Das war's für heute. Ich merke schon, das wird hier eine richtige Sauerei. Ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt die Tage verbringt. Müsst ihr noch arbeiten? Die Schule ist ja sowieso geschlossen oder die Uni. Das würde mich mal interessieren. Und vielleicht wo genau ihr herkommt. Das war's. Ich bin der Sieger und es ist, ich bin der Sieger. Ich habe mich ab und ich bin der Sieger. Ich habe mich ab und ich bin der Sieger. Ich bin der Sieger. Das war's für heute. 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 So, ich würde sagen, ich würde sagen, ich habe genug Chaos angerichtet. Ja, ich hoffe, das war's für heute. Ich bin ein wenig entspannt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschau.